Hey Fans, was macht ihr eigentlich, wenn euer Gegner euch so richtig fies in Mitte anspielt? Versucht immer euren Rückhandschlag aus der Neutralposition zu beginnen und nicht zu früh mit der Ausholbewegung zu starten. Das führt dazu, dass ihr den Ball auf dem Wechselpunkt nicht mit der Rückhand beantwortet, denn das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Spielt dort unbedingt mit der Form, indem ihr eine offenere Stellung einnehmt und den Oberkörper dreht. Beats Dead Team 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 Beats Vielen Dank.